... selbst die singende Herrentorte nennt. Damen und Herren, Freundinnen und Freunde, zu Hause an den Bildschirmen, viele Zeitungen fragen sich, wie verdient dieser Mann eigentlich sein Geld? Er ist der schlechteste Entertainer Deutschlands. Und ich muss sagen, die Frage für mich ist eigentlich keine Frage, sondern eine Feststellung. Es ist eine pure Unverschämtheit, womit dieser Mann sein Geld verdient. Begrüßen Sie ihn trotzdem mit Standing Ovations. Hier kommt aus dem Ruhrpott Helge Schneider. An der Hand wird hier drüben, da wird hier drüben. Sie kommt zu mir herüber. Ich sah sie ran und ich fragte sie dann, kannst du mir die Uhrzeit sagen? Doch sie sinkte den Blick und sie wurde rot und sie wollte weitergehen. Doch ich hielt sie fest in meinem Haar und ich gab ihr zu verstehen. Mädchen schält dich nicht, wenn dich ein Mann anspricht. Ladi, ladi, oh. Mädchen, sag nicht nein, lass mich bei dir sein. Ladi, 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 oh. Mädchen, schau mich an, ich bin der Supermann. Ladi, ladi, oh. Und du bist mein Supergirl. Ladi, 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 oh. Sie riss sich los von meinem Arm. Da war ich alleine. Ich schaute ihr nach, da wurde die Ampel rot. Da kam schon wieder eine. Ich fragte sie dann, kannst du mir die Uhrzeit sagen? Doch sie sinkte den Blick und sie wurde rot und sie wollte weitergehen. Doch ich hielt sie fest in meinem Haar und ich gab ihr zu verstehen. Mädchen schält dich nicht, wenn dich ein Mann anspricht. Ladi, ladi, oh. Mädchen, sag nicht nein, lass mich bei dir sein. Ladi, ladi, oh. Mädchen, schau mich an, ich bin der Supermann. Ladi, 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 oh. Und du bist ja mein Supergirl. Ladi, 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 oh, ha. Du bist ja mein Supergirl. Ladi, 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 oh. Ladi, ladi, oh, ha. Am Schlagzeug, unser Peter, 90 Jahre, wird er in diesem Jahr alt. Und wir wissen noch nicht, ob wir nächstes Jahr noch dabei haben. Er hat sein Schlagzeug selbst gebaut, nach Originalplänen von Leonardo da Vinci. Einen Riesenapplaus. So, das war's. Tschüss, macht's gut. Ja, Damen und Herren, Freunde und Freunde, das war Helge Schneider und ich habe Ihnen noch mitzuteilen, bedauerlicherweise gastiert er vom 14.04. bis 25.04. hier im Tivoli. War das jetzt einer von diesen gewissen Herren schon? Frau Jastik, das war ganz gewinn.